Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von eWTN, wir waren für Sie vom 29. Mai bis zum 2. Juni auf dem 103. Katholikentag in Erfurt. Das Bonifatiuswerk stellt bis zum 9. Juni in Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg in der Severi-Kirche in Erfurt eine Ausstellung mit dem Titel Udos 10 Gebote aus. Ziel ist, Spendengelder zu sammeln für die Kirche in der Diaspora auf der ganzen Welt. 25 Gemälde werden hier derzeit ausgestellt. Ich stehe hier gerade in der Severi-Kirche mit Monsignore Austen vom Bonifatiuswerk. Und jetzt möchten wir einmal wissen, warum machen Sie das überhaupt? Als Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken ist es uns wichtig, über die Inhalte des Glaubens ins Gespräch zu kommen. Auch mit Andersdenkenden, Andersglaubenden, mit Menschen, denen vielleicht auch der Glaube fremd geworden ist. Und wie können wir die Urkunden unseres Glaubens, wie die 10 Gebote, heute neu ins Gespräch bringen. Und hier in der St. Severi-Kirche verbindet sich der Lebensraum und der Atemraum des Glaubens mit dieser modernen Kunst von dem Panikrocker, der versucht hat, die biblischen 10 Gebote in seiner Art, wie hier die Menschheitsfamilie, die mein großes Anliegen ist, ins Bild mit dem Pinsel auf die Bilder zu bringen und das zeitgemäß und zeitgerecht zu übersetzen. Und das ist uns eben ein Anliegen, das lesen zu können, wie viele andere Kunstwerke in der Kirche, die uns Inhalte des Glaubens nahe bringen können, die uns aber auch in einen Dialog führen und die uns, nicht nur dem Bonifatius-Werk, sondern weit darüber hinaus auch zeigen können, wie aktuell die biblischen Gebote auch für uns heute in der Welt sein können. Hier sind zwei weitere Gemälde der Ausstellung. Was können Sie uns denn dazu sagen? Ich bleibe bei diesem Gebot stehen hier. Das ist das Gebot, das du nicht begehren sollst, seines Nächsten Hab und Gut, das Dach der Welt, was uns auch die heutige Welt zeigt, wie zerrissen wir sind. Das Dach der Welt hat sozusagen einen aufs Dach bekommen und die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Gütern um, die uns anvertraut sind. Dass ich nicht begehre im persönlichen Bereich meines Nächsten Hab und Gut, aber es geht auch darum, wie gehen wir mit der Welt um? Wie schützen wir die Welt? Wie können wir, wenn ich auf Gott vertraue, nicht neidisch werden, andere Begehrlichkeiten haben? Oder wenn ich daran denke, wie sehr unsere Welt von der Klimakatastrophe bedroht ist? Oder eben auch, wo Menschen sich in der Welt in der Zerrissenheit auf den Stuhl Gottes setzen, sich zu Machthabern machen, die Würde des Menschen missachten. Und das wird uns hier auch mit in den Blick gerückt. Der wunderschöne blaue Planet mit dem Haus auf dem Dach der Welt. Und wie können wir das umsetzen und einsetzen? Und was mich sehr freut, dass wir fast schon 20.000 Besucherinnen und Besucher hier hatten, das zeigt also, dass mit dem Künstler Udo Lindenberg auch die Bilder in den Blick gerückt werden, aber dass auch diskutiert wird über die Inhalte unseres Glaubens. Was können Sie uns denn zu diesen Gemälden Besonderes sagen? Ich bleibe mal bei den beiden oben stehen. Es ist ja für uns wichtig, auch wo wir in einer Situation leben hier, wo die meisten Menschen der Bevölkerung keiner christlichen Konfession angehören. Hier im Bistum Erfurt sind etwa sieben Prozente der katholischen Kirche angehören, etwa ein Viertel gehören offiziell der katholischen Kirche an. Und ihnen nahe zu bringen, dass unsere Inhalte, unsere Werte auch wichtig sind für die heutige Zeit. Und auch der Menschheitsfamilie, der Gemeinschaft von Menschen etwas sagen können über die Beziehung zu Gott, aber auch wie kann ich für mich in der Freiheit, die uns gegeben ist, auch so damit umgehen, dass die zehn Gebote ein Angebot für das Leben sein können und für die Welt. Da oben beispielsweise das Gebot, du sollst nicht stehlen. Ich finde genial gemacht. Ganz einfach zu verstehen, das Bild ist geklaut, aber die Spuren sind noch zu sehen. Wenn wir mit dem Eigentum von anderen umgehen, es einfach entwerten oder stehlen. Und da geht es nicht nur um einzelne kleine Dinge, sondern wie leben wir auch in einer Menschengemeinschaft zusammen, wo wir uns gegenseitig bestehlen, manchmal den Leuten den Lebensraum rauben oder stehlen. Und was bleibt dann übrig? Ein leeres Bild, wo Spuren hinterlassen werden und davon sehen wir genug. Oder wenn ich auf das nächste Bild, ich finde das toll dargestellt, das ist so die Art von Udo Lindenberg auch, du sollst nicht lügen, du sollst die Wahrheit sagen. Wenn ich an einen Gott glaube, der mir ermöglicht, auch wahrhaft zu leben, dann brauche ich das nicht zu lügen, dann muss ich mich nicht größer darstellen. Und die Darstellung, was dort aus dem Mund kommt, ist eine Schlange, die den anderen sozusagen den Atem raubt, sie erwirkt. Denken wir mal an all die Fake News, die wir im Moment haben. Wo wird da all den Menschen die Luft genommen? Wie können sie sich rechtfertigen? Denken wir an all das, was an Unwahrheiten in der Welt gesagt wird, was an Kriegen geführt wird. Wenn es um Fragen auch von Gerechtigkeit geht, glaube ich, ist das sehr schön, dass wenn wir Unwahrheiten verbreiten, die den anderen den Atem nehmen oder die ihn kaum noch zum Atem kommen lassen, denn was einmal gesagt ist, geht nicht wieder raus, ist das wie eine Schlange, die mich fast erwirkt. Was können Sie uns denn zu diesem Gemälde erzählen? Zukunft hat der Mensch des Friedens ist ja das Leitwort des Katholikentages. Hier geht es um den Krieg der Religionen. Wenn Religion missbraucht wird und nicht dem Leben dient, sondern vernichtet, dann wird es zur Ideologie und dient auch nicht dem, was uns Gott anvertraut hat. Deswegen haben wir auch jeden Tag hier in der Kirche ein Friedensgebet, wozu wir einladen, um das wachzuhalten, auch nicht nur einen Ausstellungsraum, sondern einen Gebetsraum. Und wir unterstützen durch diese Ausstellung, wo der Eintritt frei ist, sie geht ja noch über den Katholikentag hinaus, unterstützen wir soziale Projekte in Kirchworbis beispielsweise für Frauen und Kinder, die unbegleitet sind. Oder wir unterstützen ein Flüchtlingslager, das Größte der Welt, in Bangladesch mit Udo Lindenberg gemeinsam und dem Bonifatiuswerk. Das ist uns auch ein Anliegen, nicht nur zu reden, sondern zu handeln und solidarisch zu sein. Vielen Dank. Ein sehr, sehr wichtiges Projekt und auch ein wichtiges Highlight hier auf dem Katholikentag. Der 103. Katholikentag in Erfurt ist jetzt vorbei. Aber er wird noch nachwirken, denn diese Ausstellung wird noch bis zum 9. Juni zu besichtigen sein. Also kommen Sie bei Interesse gerne vorbei, um dieses Projekt zu unterstützen. Wenn Sie alle unsere Produktionen sehen wollen, dann schauen Sie auch gerne auf unseren Social Media Kanälen auf Instagram und Facebook auf evtn.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.